Hallo, wir sind jetzt an der Nordsee. Das ist schön, dahinten sieht man die großen Schiffe. Vor allem ist das hier praktisch für Bingo. Man kann hier ganz einfach runtergehen. Keine Stufe, kein gar nichts. Einfach rutscheln und ein weiterer Rutscheln. Ihr wollt hier vielleicht auch wissen, wie der Ort heißt. Eigentlich heißt er Brandenberge. Aber wenn man sich die Häuser so anguckt, dann muss man ihn eigentlich Beckberge nennen. Hochhausberge. Hochhausberge.